So, wo haben wir? Ich glaube, die Fenster machen wir hier an die Seite. Hier zum Beispiel. Und da hinten noch einmal. Da rein. Und hier noch einmal. Ich hoffe, das reicht, was wir hier machen. Beziehungsweise das Vorrat, das wir haben. Ich hoffe, das reicht für diese Hütte. So, immerhin sind die wieder fertig. Ja, brauchen wir. So, da sind sehr viel hin und her. Das tut mir leid. Äh, nein, da, da. Genau, da, nein, da. Hä? Nein? Ich habe jetzt das Baumenü aus Versehen verlassen. Ah ja, genau, kein Material. So, gleich haben wir auch keinen Schrock mehr. So, und hier. So, da. Da, da wollen wir kein Fenster machen. Jetzt ist die Frage, wie machen wir gleich eigentlich ein Dach? Irgendwie müssen wir ja gleich ein Dach bauen. So, und hier. Ah, Alu ist fertig. Nice. So, und so. Nochmal voll machen. So. So, hat er noch? Der hat noch ein bisschen was. So, wo haben wir die Wände? Da sind die Wände. Dann machen wir hier. Ah, Alu ist fertig. Perfekt. Toll. Hä? So. Und wieder eine Wand. Dann machen wir das. Hier. Wird eine schöne Wohnung auf jeden Fall. Äh, nee. So. Do we really need it? Ah, stell nicht so viele Fragen, ja? Krallchen steht echt zu viele Fragen, finde ich. Äh, so, hier die Wand. Äh, da. Okay, zwei Wände noch. Und gleich auch. Und wieder Hunger. So. Und kein Holz mehr. So, wir müssen jetzt gleich mal schauen, wie wir nochmal ein bisschen Holz organisieren. Wo liegt das Schrott hier? Äh, da. Dann packen wir den Rest erstmal bei ihm wieder rein. So, einmal kurz die hier. Dann machen wir gleich noch die Fenster. Haha. Und dann holen wir Holz. Nein, nicht treten. Oh, nice. So, Fenster haben wir hier. Ah, da war's. Nein, nicht aus dem Baubereich raus. So. Das sieht doch nice aus, hä? Ähm. Kann ich den verschieben? Irgendwie? Kann ich den jetzt nicht verschieben, hä? Dann muss ich den komplett auseinandernehmen. So. Möbel, Möbel, Möbel. Hier war doch irgendwo ein... Wo war das Bett? Einfache Dusche. Ja, stimmt. Das können wir ja auch noch machen. Dafür brauchen wir einen kaputten Eimer. Einer Dusche, okay. Wo waren jetzt die Betten? Nee. Hier? Hier war Bett. So, packen wir den dann hier hin. Können wir hier schlafen. Ah, komm. Das reicht. Einfach mal sechs Stunden pennen. So, müsste jetzt... Achso, mitten in der Nacht sein. Okay. Egal, komm, dann gehen wir mal... ...schnell was essen. War hier nicht irgendwo... Da war die... ...da war die Knolle. Ich feier das. So, und hier haben wir... ...essen, nice. Also, müsste jetzt noch was irgendwo rauskommen. Verputter Flip Flop. Hier haben wir Holz. Nee, die Milchbrötchen möchte ich nicht anfassen. Die sind aber auch alle so pervers hier. Geil, wieder was zu trinken. Und was zu essen. Nice. Ah, warum die Wachse mal? Warum rupt der? Ja. Egal, wir gehen jetzt mal wieder zur Hauptquest. Machen wir halt ein bisschen da. Aber die Hütte haben wir wenigstens. Obwohl, hier haben wir auch noch ein bisschen was zu futtern. In der Hoffnung. Ich will jetzt nicht mein Geld bei dem da ausgeben. Nee, danke. Oh, geil. Halb aufgegessener Burger. Von hier kommen wir jetzt nicht so einfach in die Hauptquest, oder? Was ist mit Karlchen wieder los? Hier war das, genau. Ja, da ist es. Da kommen wir hin. Ich habe jetzt nur vergessen, was wir machen mussten, um da hinzukommen. Also, was benötigt war. So. Welcome back in the Rats' crib. Did you get me anything? Um. Uh-huh. Oh my god, this is totally dope. Oh, you didn't have to. Trixie! Did you get the missing part? Uh-huh. Yeah, let me take it to the machine. Before our daddy loses his call. I still can't believe you actually found it. I won't complain, no. Well, you were out. I figured out how to provide enough energy to the machine. We stole a high capacity battery capable of powering it. There's a catch, though, isn't there? The battery is dead, and we need to charge it. Ah, okay. Can't you just plug it in? We need to do it off the grid, and we want to remain undetected. However, I did come up with the blueprint of a special charging system. Just build it in your base and use it to fully charge the battery. How does it work exactly? Okay, Basisbau brauchen wir jetzt dringend. I'm sure you'll figure it out, after you build it. Take the battery and come back when it's fully charged. The machine should be fixed by then. Okay, pal, you heard him. Let's get building! Ja, okay, dann müssen wir jetzt so oder so bauen. Geil. So, dann können wir hier das hier mal alles ab. Hier haben wir Pappe. Die nehmen wir mal mit. Karin, hier. Karin, einsammeln. Batterie. Was ist denn das denn für eine Riesenbatterie? So, hier haben wir nochmal Schrott. So, wir brauchen aber auch wahrscheinlich sehr, sehr viel Kippen. Ja, danke, Karin. So, und hier. Ach, Karin. Cool stuff! So, hier. Darum können wir nix anfangen, meine ich. Ach, hier. Ein bisschen was zu essen. Ui! Hier war jetzt, glaube ich, nix an Müll, oder? Oder auch nicht da, glaube ich. Da gab's nix, ne? Ah, hier gibt's aber noch ein bisschen was. Und wir haben aber auch noch nicht alle Blueprints gefunden. Alle Blueprints müssen wir auch noch finden. Nice Holz. Oh, nice! Kippen! Das heißt, wir können jetzt den, einen Juter bezahlen. Das können wir nicht mitnehmen. Den haben wir schon. Und hier gibt's auch nochmal Schrott. So. Ah, der ist auch leer. Okay. Sonst gibt's hier nix, ne? Können wir hier rein? Wär zu schön gewesen. Könnt ich da rein und das auch noch luten? Ah, was haben wir denn hier? Geil, noch ne Bärenknolle. Bärenknoblauch. Hier, Karl. Achso, das ist der ganze Berg hier. Toll. Kann ich hier nicht raus? Super. Karl, ich... Ich reite dich mal, ja? So, kommen wir... Ja, hier kommen wir durch. Und hier haben wir noch mehr Müll. Toll. Karl! Alter, wie viel Müll hier rumliegt. Das ist ein Paradies. Das brauchen wir nicht. Hier auch nochmal. Geil, wieder auf Holz. Jo, perfekt. Äh, Karl? Was machst du da hinten? Okay, da können wir nicht mitnehmen, aber das hier bestimmt. Butterkanister. Holz! Karl, du musst fangen, Lea. Ja, ich wollte schon sagen, warum kann Karl nicht da nichts mehr einsammeln. So, von dem brauche ich nichts. Ich will das nicht haben. Und was haben wir hier? Holz, perfekt. Ja, kaputte Eimer. Damit können wir die Dusche bauen. Nee. So, geben wir den noch. Toll. Und noch eine kaputte Tür. Das können wir kaputt machen, dann haben wir wieder Holz. Das können wir jetzt. Jo. Alter, was? Alter, was? Alter die Tauben! Die Tauben waren jetzt krass. Preparated, nice. Hallo Ossifer. Hier Karl. Gibt's hier noch mehr? Hier. Ja, Pappe. Nee, ich wollte wieder auf Shuriken. Weil die hier Holz haben. Nice. Ja Karl, brauchen wir. Genauso wie die Pappe. Obwohl Pappe brauchen wir ja weniger. Holz ist wichtiger und Schrott. Toll. Oh, nice. So, dann haben wir den jetzt offen. Keramik nehmen wir auch mit. Obwohl, keine Ahnung, wie wichtig jetzt eigentlich noch Keramik sein wird. Was? Was sind wir denn hier jetzt? Achso, das war Glühpilz. Ah, der lebt noch. Boah, ich lieb's. Kleine Erfahrungspunkte kriegen wir dafür wenigstens. Weg damit. Ah, ich kann nicht bücken. Ich kann mich leider nicht. Karl, du bist im Weg. Ich kann mich leider hier nicht bücken. Ah, jetzt sind wir hier auf der Seite. Okay, wir gehen aber trotzdem mal kurz hierhin. Weil hier auch noch ein bisschen was ist. Wo ist denn Karl? Da hinten. Ah, da ist er. Ah, da ist er. Jo. So. Weg mit dem Reifen. Ah, da ist er. Ja, Holz. Ja, Holz. So, noch eine Schüssel. Okay, hier haben wir durch. Hier haben wir noch was. Holz. Ja. Karl. Fang. Boah, das wird sehr viel sein, was wir jetzt haben. Okay, am meisten haben wir immer noch. Ja. So. Also das können wir nicht einsammeln. Schade. Wie sieht's hier aus? Noch mehr Holz. Ja, Karl. Brauchen wir. Ist wichtig. Gut, dann gehen wir jetzt mal wieder in unsere Basis. So. Jo, wir können dann eigentlich hier, äh, Kippen bauen. Zigarette. Aus Zigarettenstummel. Dafür brauchen wir Papier und Tabak. Und dafür... So. Und dann kann ich... Ihn... Sammeln Schrott, sammeln Pappe, sammeln... Sammeln Geld. Der soll noch Holz sammeln. Ah, okay. Ich kann nur Pappe oder... Dinge sammeln. Wir brauchen mehr, ähm... mehr Kippen. Äh... Ja, okay. So. Erstmal machen wir das alles. Dann... Die Dinger. Packen wir auch noch hier hin. Auch hier hin. So. Hier. So. Hier. Dann... Hier Holz. So. Das. Das heißt eigentlich für Missionen müssen wir wirklich dann hier Tabak herstellen. So. Machen wir jetzt einmal den. So. So. Hier haben wir ja 17 Holz. Machen wir das nochmal wieder voll. Dann können wir die... wieder hier rein. So. Was kostet uns die Dusche? Was kostet uns die Dusche? So. Die war nicht hier. Einfache Dusche können wir jetzt machen. Äh... So. Hä? Habe ich die jetzt... Äh, genau. Utility... Ne. Hier. Einfache Dusche. So. Ich habe jetzt R gedrückt gehabt. Kann ich die auch benutzen? Alter. Wie das laut. Boah. Ist das laut. Ich habe jetzt nicht gewusst, dass das so laut ist. So. Was können wir noch machen? Vorhänge. Ach. Hier. So. Dann brauchen wir eigentlich noch... eine Fußmatte. Für hier. Pappe und Holz. Und haben wir. Welcome. Kaputter Spiegel. Ein Kahlgemälde. Improvisierter Kamin. Improvisierter Kamin. Den nehmen wir. Ah, dafür... Kaputter. Ah, da. Kaputter Pferd. Sitzsack. Kerzenleuchter. Ah, da brauchen wir Nägel. Eine Flagge. Kühlschrank wäre gut. Dafür brauchen wir Kupferrohr. Da haben wir. Kupfer. Da haben wir. Kupfer. Ja, du musst auch fangen. Wäre die sehr verbunden, wenn du fangen würdest. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. So. Und... Hier. I am right here, if you need. Äh... So. Was müssen wir eigentlich... für die Quest machen? Ladegerät. Aluminiumblech. Kupferrohre. Nägel. Ja, dann machen wir eigentlich... Könnten wir eigentlich das machen, zuerst. So. Hier nochmal auffüllen. Hier ist auch jetzt fertig. Nein. Ja. Ja. Ich kann das für dich halten. Ha, ha, ha. Äh, komm. Dann lassen wir mal bei dem. Ah, okay. Jetzt ist... das Ding leer. So. Was brauchen wir? Äh, genau. Hier. Wo waren das jetzt? Hier. Ne. Nicht unter Fähigkeiten. Unter Produktion. Aluminiumblech. Aluminiumblech. Kupferrohre. 2. Nägel. 2. Können wir eigentlich jetzt... So. 1. 2. Dann haben wir das schonmal. Aluminium. Haben wir einen. Kupfer. Haben wir auch schonmal einen. Können wir jetzt sofort gleich 2 machen. Oh. Nice. So. Hier nochmal. Und hier nochmal. Äh, was braucht man noch dafür? Nur noch zweimal Aluminium. So. So. Wie viel Schrott hat er noch? So. Holz haben wir wieder. Einigermaßen. Genug. Komm. Ja. Ja. Geil. Ja. Karl. Du musst fangen. Karl. Du musst fangen. Mal gucken. Jo. Dann. Jetzt nochmal schauen. Produktion. Ach, einmal müssen wir noch machen. Ja. 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 Dann können wir gleich die Ladeplatz unterbauen. Jo. Insofern. Ja. Na ja. Ja. Na ja. Na ja. Na ja. Ja. Na ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.